Die Krefeld-Pinguine gewinnen 3 zu 2 nach Penaltyschießen bei den Vienna Capitals. Martin Schemeinski, ein richtig geiler Sieg, oder? Ja, ein Sieg fühlt sich immer gut an in der Vorbereitung. Gerade jetzt nach den zwei Niederlagen gegen Ullo war es auch wichtig für die Mannschaft, für die Moral, einen Sieg einzufahren. Ich finde, wir haben heute gut gespielt. Spiel auf Augenhöhe, kurz vor Schluss verdient, den Ausgleich geschossen und dann gut im Penaltyschießen ist auch mal ein bisschen Glück. Das war heute auf unserer Seite und ja, sehr gut. Jetzt habt ihr am kommenden Donnerstag im Heimspiel gegen Wien Matchball für den Einzug in die nächste Runde. Das wäre natürlich für Krefeld eine tolle Sache, oder? Auf jeden Fall wäre es eine tolle Sache und wie du gesagt hast, Heimspiel wieder vor super Publikum und da müssen wir alles geben, dass wir da nicht irgendwie die Sache aus der Hand geben. Extra-Tipp und Stadtspiegel sind natürlich dabei und drücken den Pinguinen fest die Daumen. Vielen Dank, Martin. Danke.